hallo hier ist andré von klickte vielen dank dass du dir dieses video anschaust in diesem video stelle ich dir unser feature zum manuellen zusammenführen von kontakten vor dieses feature ermöglicht dass dir kontakte mit mehreren verschiedenen digitalen addys wie zum beispiel e mail adressen zusammenzuführen und diese so als einzelnen kontakt zu speichern das ist besonders sinnvoll wenn sich ein kontakt zum beispiel mit mehreren e mail adressen bei dir eingetragen hat also doppelt in deiner kontakt cloud vorhanden ist und du diesen aber als einzelnen kontakt führen möchtest du kennst das bestimmt selbst man hat mehrere e mail adressen meldet sich auf verschiedenen plattformen websites oder services an merkt sich nicht immer mit welcher e mail adresse man wo registriert ist und plötzlich erhält man einen newsletter mehrfach weil man sich mehrmals mit unterschiedlichen e mail adressen beim selben anbieter angemeldet hat in diesem fall unterstützt dich das manuelle zusammenführen von kontakten dabei mehrere e mail adressen zu einem kontakt zusammenzufassen so kannst du noch präziser steuern welche e mail adressen deiner kontakte tatsächlich angeschrieben werden und welche postfächer deine e mails nicht doppelt erhalten sollen gerne zeige ich dir das an einem beispiel ich habe hier zwei unterschiedliche e mail adressen die aber derselben person gehören diese möchte ich nun zusammenführen zuerst klicke ich auf den kontakt um ihn zu öffnen auf der übersichtsseite klicke ich nun ganz unten auf den button mit anderem kontakt zusammenführen nun öffnet sich eine neue seite auf der ich nach dem kontakt suchen kann mit dem dieser kontakt zusammengeführt werden soll hier kann ich nun entweder die e mail adresse oder direkt die id des kontakts eingeben wenn ich nach der e mail adresse suche und das richtige suchergebnis auswähle wird die e mail adresse automatisch durch die korrekte id des kontakts ersetzt und der button prüfen wird klickbar wenn ich nun auf prüfen klicke werde ich auf die nächste seite geleitet auf diese habe ich nun die möglichkeit noch einmal die beiden kontakte zu prüfen außerdem kann ich hier unten die kontakte tauschen so dass der primär kontakt zur dublette wird oder umgekehrt mit dem blauen duplikat merken button habe ich zudem noch die möglichkeit eine duplikatsbeziehung zwischen zwei kontakten zu erstellen so dass diese in meiner kontakt cloud als duplikate erkannt werden durch eine duplikatsbeziehung weiß klick tipp dass diese zwei kontakte zusammen gehören das ist vor allem dann hilfreich wenn ich meine kontakte erst zu einem späteren zeitpunkt zusammenführen möchte in der dubletten erkennung werden diese kontakte mit der wahrscheinlichkeit manuell markiert ein klick auf den zusammenführen button führt die kontakte anschließend zusammen die e mail adresse die mit einem anderen kontakt zusammengeführt wurde wird in deiner kontakt cloud nun als duplikat gekennzeichnet hast du feedback oder anregungen dann teile uns diese doch bitte sehr gerne mit vielen dank fürs ansehen und weiterhin viel erfolg mit klick tipp